So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir heute mal. Die Verlosung hat ja letzte Woche stattgefunden zu Franken. Und heute werde ich eine Auflösung machen. Wir steunen in eine normale Dings-Runde. Keine Custom-Games aktiviert. Wir steunen in eine normale Solo-Runde. Und ich werde euch jetzt erklären, wer gewonnen hat. Und ich gehe kurz zählen, weil das Video muss schnell hochgehen. Weil der Gewinner ist jetzt gleich bei mir. Okay, wenn ihr das nächste Mal gewinnen wollt, müsst ihr nicht zu mir kommen. Also gut. Okay, auf jeden Fall hat, das sage ich erst am Schluss. Nämlich ist der Gewinner eine sehr nette Person. Die kenne ich auch persönlich. Der kommt heute zu mir zu schlafen. Also, zu meinem Grossen. Und ja, auf jeden Fall ist es cool. Und weil er heute Geburtstag hat, ich werde keinen Namen nennen, ausser am Schluss. Ähm, der, äh, der, wie heisst, ähm, der bekommt von mir, weil ich ehrenmal bin. Und der Geburtstag hat, bekommt er von mir einen 30er PSN. Mörs haben wir Opfer. Nein, jetzt haben wir. Okay, Scheisse. Auf jeden Fall werde ich jetzt kurze Runde machen und ich gehe da gehen. Ich bin, bei meiner Grossmutter am Spielen. Ich kann selber nicht gut spielen, aber ich muss trinken. Nice! Kennt ihr das auch? Nice! Oder so, keine Ahnung. Egal, scheiße. Mir geht mal zu heisen und wenn ich gerne sterbe, wo ich sterbe, dann sage ich es, wer gewonnen hat. Obwohl, wenn es der schon schaut, wer gewonnen hat... Übrigens 10 Franken habe ich gesagt. 3 Franken hast du gelogen, dass er schon... Nein, weisst du, 200 Franken. Nein. Ein Zehner, auf jeden Fall ein Zehner werde ich verlassen. Habe ich verlassen. Jetzt ist mal die Auflösung. Und ja, ich labere manchmal einfach Scheissdreck, oder? Könnte das sein? Ein Typ in den Kommentaren hat geschrieben, ich soll etwas weniger Fortnite machen. Oder allgemein kein Fortnite mehr. Ich würde immer noch Fortnite auf meinem Kanal bringen, wo es mir verdammt Spass macht. Und... Ja. Oh! Ich bin so schlecht! Aber ich habe ihn. Das ist die Hauptsache. Loll, ich dachte schon, es wäre die Sende für mich. Oh. Gott. Minus. Lass uns die Dude werden anbeten. Drink it! Drink it! Bratt it, bratt it, bratt it, bratt it, bratt itび iets niiii. He hei. Auf jeden Fall, er kommt jetzt zu mir, er wird ihm der Ursch hingehen und er hat auch Geburtstag, ja am Ende wird es... Ups, tut mir leid, er hat getrunken, also kein Alkohol. Ich bin ja auch erst 49, wisst ihr, 49. Egal, vier davon. Eine Nachricht kommt immer noch. Ist hier eine Nachricht? Ich habe wirklich eine Nachricht. Diese Song geht etwa 20 Sekunden lang. Okay, auf jeden Fall, ich sage es schon mal als Verwandten von mir. Okay, scheisse drauf, ich sage es einfach jetzt, es ist mein Cousin. Ich finde auch mein Cousin immer noch. Oh! Also, es ist mein Cousin, ich werde keinen Namen nennen, weil ich Angst habe. Egal, scheisse drauf, es ist mein Cousin. Also, Glückwunsch, du bist bei mir und ich bin bei der Zaufranken-Gutschein. Hast dir auch überall auf Schatten und eine Karte zugeschrieben. Also, tschö! Mit mir. Mit mir. Mit mir.